Ich bin die Hydron. Ich bin die Alexandra. Wir sind gemeinsam Enzian kultiviert und produzieren Hautpflege aus den gelben Enzian aus Galtür. Die Idee dahinter war, im Sinne der Nachhaltigkeit den gesamten gelben Enzian zu verwenden und etwas zu machen, was es einfach noch nicht gibt. Ein Produkt zu haben, das längerfristig Bestand haben wird. Wir produzieren Seifen und zwar in fester Form und in flüssiger Form, Lotionen und Handcremen. Wir setzen jedes Jahr mehrere tausend vorgezogene Pflänzchen in unser Feld, hegen und pflegen und jäten diese. Dann vergeht Zeit, dann ernten wir im Sommer in der Vollblüte Blätter und Blüten des gelben Enzian und im Herbst wird dann die Wurzel geerntet. Unser Glück war, dass unsere Bank eigentlich der erste große Kunde war von uns. Die sind mit uns das Wagnis eingegangen, das Ding zu probieren und das hat wunderbar funktioniert und dafür sind wir echt richtig dankbar. Wir. 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 Let me do it.